Das ist bei, ja, genau, das ist bei jedem. Oh, Rondo, habt ihr das ausgewählt oder war das Zufall? Zufall. Alles klar, alles klar. Alles Zufall, ja. Ich folge mal Amber, die steht voll drauf, wenn man in ihr Haus reingeht. Das finden ihr übrigens alle ganz toll. Ja, das habe ich beim letzten Mal, irgendwann haben wir mal gespielt gemeinsam. Ich glaube mit, ähm, mit Seeforelle, kann das sein? Oder irgendeine Forelle? Ja, und der hat es auch nicht so gut, nicht so gut gefunden. Ich erinnere mich da noch. Traumatisiert war ich, weil er mich aus dem Haus rausgeschmissen hat mit der Panzerfaust. Nein, war nicht so. Jetzt gucken wir ja erst mal. Ich bin natürlich wieder der mit dem wenigsten Level, alles klar. Sehr schön. Hat nichts zu sagen. Ihr könnt, ihr könnt dann ein bisschen Babysitter spielen, das ist okay. Ja, der Kevin, der ist immer so ein bisschen panisch, was dieses Spiel betrifft. Also, sobald ein Gegner irgendwo in der Nähe sind, dann kriegt er sich gleich ein bisschen. Dann sage ich, Amber, da ist ein Gegner, erschieß den mal bitte. Geh mal hin. Wollen wir hier wieder? Und dann hier? Nein, vielleicht keine gute Idee. Nein, das ist kein... Nein. Ich folge euch, ich folge euch. Ich bin schmerzfrei. Diesmal habe ich den Discord an. Ich nehme das jetzt mal auf, falls es okay ist, ansonsten müsst ihr jetzt Veto einlegen. Na, was denn? Ich habe nicht zugehört. Ihr macht das mal im Video. Ich mache so ein Video, das könnt ihr euch dann später angucken. Wenn ihr da ein Problem mit habt, dann müsst ihr es jetzt sagen. Nein, alles gut. Okay, okay. Gut, dass du es gesagt hast, dann muss ich gucken, was ich sage. Bisher muss ich noch nichts zensieren, bisher ist alles manierlich abgelaufen. Ja, deswegen sage ich aber... Ja, ist okay, ich musste dann später alles rauspiepen, das ist ultra aufwendig. Ja, genau. Ja, genau. Also wenn ich jetzt so 45 Wörter abschneiden... Ja, genau. Oh, nee, ey. Fängt schon wieder gut an, ey. Ja, nice. Ich habe übrigens neulich mit einem Server gespielt, der hieß Hurensohn als Player und ich wusste dann immer nicht, was ich sagen soll. Der Hurensohn ist voll gut oder so. Das ist, ja, genau. So, ich folge... Okay. Sind wir hier allein? Ja, sieht gut aus. Nee, sind wir... Doch, sind wir. Nein, nein. Einer ist hinter dir. Einer ist hinter mir? Jetzt... Ja. Okay, alles klar. Ja. Nicht hier oben drauf, nicht hier oben. Ja, sehe ich schon. Rondo? Wir brauchen ein Auto. Rondo? Die Auto-Map schlechthin, Rondo. Keine Ahnung, ob jemand... Ja, ich habe auch eine hier. Ich spiele aber die Übertrage noch. Manu. Hast du auch so? Manu, da habe ich. Habt ihr mitbekommen? Nein, ne? Habt ihr nicht mitbekommen? Nee, was ist? Auf meinem Marker M24. Okay. Unten im Haus drin... Hier ist dort... Verfickte Scheiße. Hallo. I love it. I love it. Nein, war nur einmal ganz kurz. Ja, ja. Eigentlich habe ich überlegt, ob ich jetzt mehrere Stück rausfahre, aber nein. Spam. Einfach raus-spam. Ach, hier warst du schon dran. Ja, war schon dran. Es liegen überall M24 rum. Ist unglaublich. Schon die zweite gefunden jetzt. Ich glaube, ich nehme dir jetzt... Es ist ein Wink des Schicksals. Noch irgendeine Waffe gerade, aber... Obizel ist es, glaube ich, nett. Nee. Nee, danke. Schon so meine kleinen Prinzipien, goll. Ich habe es übrigens gestern voll verzockt. Ich muss mich nochmal entschuldigen an der Stelle. Ich habe die Tonspur nicht mit aufgenommen von euch. Das ist absolut okay. Machst du halt auch nicht... Vielleicht wäre es auch mal eine ganz gute Idee. Die Tonspur. Ja, genau. Die denken dann, oh nee, er hat seine Medikamente wieder nicht genommen. Er hat wieder seine Medikamente nicht genommen. Da ist einer. Ich gehe sofort weg, sonst wäre ich geschimpft. Nein, 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 alles gut. Kannst du damit. Ich bin sowieso hier mit dem Hose jetzt fertig. Das würde ich jetzt nicht so oft sagen, weil dann hockt er ständig bei dir. Dann hockt er auch, genau, ständig auf dem Schoß. Das ist nichts. Da liegt ein Sexerscope noch. Ich habe keine Waffe gehabt. Ich habe nichts. Aber du bist nicht live, oder bist du live? Ja, ich weiß. Nee, nee, aber ich... Nee, mache ich jetzt nicht. Nein, die ist nicht besser als die M4. Also hier ist echt alles... Hier ist alles, was das Herz begehrt. Extended, Quickdraw, M4. Alles, alles da. M5 nehmen, ja. Ja. Ist das so gut? Alles da, was das Herz begehrt. Sechster Scope, falls jemand möchte. Ich würde noch erweitert empfehlen. Auf meinem Marker liegen zwei Sechster Scopes, falls jemand möchte. Will jemand eine weiße Farbe erst? Nein. Nee, lustig. Da liegt auch noch ein Sechster Scope. Ist ja echt krass, der Loot hier. Ist schon MG3 im Spiel. Ja, ja, ja. Spielt jemand DBS? Nein, oder? Die DBS? Die ist schon nice. Ich habe nicht gesagt. Musst aber nah ran. Ich habe nicht gesagt. Wieso? Wieso da... Ich würde mich auch schämen, wenn ich hier eingeladen habe. Ups. Was ist denn? Wie sagt ihr dazu? Ich muss sagen, wie dazu? Nee, ich bin nicht schon richtig. Aber das braucht halt niemand, weil es niemand spielt. Die DBS ist verpönt, oder? Alles klar. Oder Kevin lernt zumindest schnell. Ja, ja. Das ist so eine Rumradwaffe, ne? Ja, ja. Ja, wir sind ja generell nicht so freundlich. Ich habe schon ganz zu sprechen. Aha. Beziehungsweise ich. Ich habe noch einen Reddard. Ich auch. Ich habe ein Tod, der Brauche. Ich kriege es eher fein. Ich habe auch nichts. Ich habe aber einen Blutschip-Transmitter. Den habe ich auch. Ja, das ist gut. Ich habe einen Kompensator für DMR. Würde ich nehmen. Habe ich in meinem Rucksack. Wer hat gerade gesagt, wir brauchten? Äh, Billy. Alles klar. Ja, ist ich doch nicht. Das machen wir. Ach, der Verräter war das. Der Verräter, der Verräter. Ja, genau. Alles klar. Warte mal, ich schmeiße den hier hin. Ich schmeiße den da hin. Hier sind Autos überall. Nice. Aber der Blanc ist echt völlig nutzlos. Ist hier noch nicht mal ein Polo oder was? Ohne, komm. Achso, ich habe mich mal einen Scope. Ich habe dir mittlerweile schon viermal einen Scope gecalled. Wirklich, wir haben, glaube ich, mittlerweile vier, sechsfach gecalled. Hier. Noch jemand, einen Kompensator AR. Ja. Das ist dir. Billy, ey. Ja. Ist der Dutch ja besser, oder dieses weiße Auto? Das weiße Auto finde ich besser. Wir haben hier einen Emergency Pickup. Falls jemand einen Holo braucht, die liegt nur eins. Ja. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Emergency Pickup. Und ein Kumpi in diesem Haus. Was hast du für, hast du Rotpunkt oder Holo? Oder spielst du mit einem Zweier? Ich habe Holo, aber ich hätte lieber Rotpunkt, ehrlich gesagt. Aber es ist, ja. Es passt schon. Okay. Da lag noch ein Zweier übrigens, falls einer eins braucht. Und ein Kumpi aus. Ja. Dennis. Wie weit bist du? Erweitert MP hätte ich noch gerne und immer noch einen Kump. SMG. Habe ich ja auch so ein paar Mal erwähnt. Ich habe immer nichts gefunden. Ich habe ein erweitertes MG. Guck mal hier. Ich bin wie der Weihnachtsmann. Ich habe alles einstecken. Wir müssten nur fragen. Ho, ho, ho. Ja, genau. Da ist es. Kann ich hier aufmachen? Eigentlich habe ich gedacht, wir warten, bis er verreckt und klauen uns sein Lot. Aber da er so ist wie der Weihnachtsmann, müssen wir nicht mehr reden. Kann ich hier aufmachen? Ich bin wie der Weihnachtsmann. Ihr könnt einfach fragen, heißt das? Ihr könnt auch einfach fragen. Was machst du einfach? Pickup auf. Shit. Einmal macht Pickup auf. Haben wir jetzt fast vergessen hier. Ja, das ist voll zergernd. Alles klar. Hier war auch das Minipack mit hier. Ja, okay. Alle haben coole, alle. Ich habe Angst, ich habe Angst. Was passiert, wenn ich jetzt irgendwas Dummes tue? Okay. Nicht, dass man irgendwie anfängt zu tanzen oder nicht mitgenommen wird. Außen ist die Treppe. Hier ist die Treppe. Willi, du musst dich auch festmachen. Ja, genau. Nicht, dass man dann vor lauter Tanzen nicht mitgenommen wird. Das wird nicht so gut. I am blind. Dann müssen wir doch mit Blanc fahren. Das wollen wir nicht. Das furchtbarste Auto in der Geschichte des Games. Nee, das ist der... Dieses komische Mafiosi-Auto. Haben wir gestern schon diskutiert, das Thema. Warum? Ich hasse das Auto. Geht überhaupt nicht. Weil das immer umkippt. Das ist nicht schnell. Das ist super laut. Total rot. Ich habe Angst, dass ihr raushüpft und mir nicht Bescheid sagt. Wo geht es denn hin? Links ist ein großer Felsen. Wollen wir da drauf? Felsen, ja. Äh, grün? Der, der... Genau. Roter Marker da. Ähm, ja. Okay, der... Bin mal gespannt, ob der Move funktioniert. Das soll ja nicht funktionieren. Weil ich den Felsen bestimmt nicht treffe. Und den Felsen. Oh, shit. Aber es sind, es sind, es sind, es sind Gegner da. Na, das ist ja nervig hier. Wie ich da hier auf dem Felsen rumkletter. Ich fühle mich wie Reinhold Messner hier. Seid ihr alle oben? Oh, Mann, ey. Aber dann loot ich wenigstens die Crate hier unten. Bei uns sind auch Leute. Dann loot ich wenigstens die Crate. Das wollte ich jetzt mal anders. Viel Spaß. Ist noch alles da hier. P90 nehme ich auch. Alter, die sind ja sowas von on point. Die haben Bock. Ich hab'n Gilly. Ich leg' mir jetzt einfach hier irgendwo ins Gebüsch, ne? In der Mangelung an Alternativ. Was war denn dann in der Kiste drin? Ganz ehrlich, ich leg mich hier hin, ey. Die sind ja zu gut. Was war denn in der Kiste drin? In der Kiste, Gilly, äh, P90. Was hast du die genommen? Ja, selbstverständlich. Irgendeinen Vorteil muss es ja haben, wenn man hier unten in der Hölle schmort. Ja gut, es gibt alle, die spielen die nicht so gerne. Ne, ne. P90 ist übermächtig. Oh, da kommen drei direkt vor uns runter. Vier. Die haben aber nicht gecheckt, dass ich da bin. Und ich werde jetzt auch keine Werbung für meine Anwesenheit machen. Ey, ich treff' ihn nicht einmal. Was ist denn das? Ich weiß schon, wie ich das Video nennen werde. Ich lieg' im Busch. Der Busch-Man. Der Busch-Man. Der Busch-Man. Hier. Dein Flix-Biz. In der Zwischenzeit, ein bisschen hier. Pass auf ein Eindring. Bis. Irgendwann müssen wir auch sprechen, ne? Passt auf. Was ist denn? Schön. Ich glaube, das gefällt mir hier doch nicht so. Da kommt ein Auto. Wer fährt zu ihm? Oh, ich hab einen. Das ist kein Problem. Ich weiß nicht. Ich spiel da unten, die Leute grad. Was zum Fick. Ey, Emma, ich geh hier runter. Das wird mir zu heikel. Was zum Fick. Oh, sorry. Ich hab geflucht. Und das ist kein Problem. So. Oh, einer schon very close hier bei uns. Ich hab nur Verbände. Komm. Okay. Okay. Billy ist auch unten. Dann geh ich mal, komm ich mal zu dir. Äh, hier ist einer close. Pass auf. Nee, nee, hier sind Fick. Kevin, pass auf. Hier ist wirklich was close. Komm, ja? Ist klar. Ist klar. Ja, ja. Das ist okay. Ja, ja. Das ist okay. Ich sammel so. Ich sammel so viele. Ähm, Spitznamen ein. Oh, mein Laptop ist runtergefallen. Oh, mein Laptop ist runtergefallen. Ich hab ihn gesehen. Ja. Kein Schlag, ey. Shit. Auf der. Oh, mein Gott. Ich hab keine. Weiß du mehr. Oh. Gelb ist dann noch. Ich lauf jetzt rüber. Ich lauf jetzt die Häuser an. Ähm, ich hab meine Marke ist auch an, ne? Ganz scheiße Idee. Ich weiß nicht, wo er war. Oh, hey. Gelb, Marke. Grüne Marke kommt auch noch welche. Ich muss da landen. Jetzt schießt er euch. Kalapflichter. Ausweiter. Das gefällt mir nicht. Uh. Von hinten kommen noch welche jetzt gleich. Ich hab den gut gehört. Schulder oder so. Guck mal hier. Für irgendwas muss er ja gut sein. Shit, das ist nah. Und ist das, dass uns da jetzt einer überfährt? Tjo. Schade, Momelade, ne? Ah, das ist nicht wahr. Wie wäre das? Ich nenne es. Dieses Video wird heißen Das kurze Leben des Buschmanns. Wollen wir noch eins? Ich hab den abgehakt. Das kurze Leben des Buschmanns. Ich hab dich gerissen hier. Ich bin wenigstens, ich bin wenigstens revivend mit der P90 in der Hand gestorben. Eigentlich super. Wunderbar. Wunderbar, ne? Null Kills. Dein Volk für heute. Alles. Das war ein erfolgreicher Tag. Ja, wir machen einfach den schlauen Move. Wir fliegen bis zum Ende und schlagen dann alle, die nicht online sind, tot. Das kann man ja auch machen. So richtig, weißt du, das sind die Profitricks, ne? Für Leute, die keinen Skill haben. Einfach bis zum Ende fliegen. Also, wenn du bist. AFK-Abstauber, es gibt einen Namen dafür. Okay, wusste ich jetzt auch noch nicht. Ich sag es ja. AFK-Abstauber. Okay, ein Team C, ne? Weiß man denn eigentlich, wie du richtig heißt, Kevin? Ne, weiß man nicht. Ach. Weiß man nicht. Ach, soll ich sagen, Kevin Wetter ein richtiger Name? Nö. Ich wurde von Amber getauft. Ja. Shit, hier geht's ab. Okay. Ich verkrümmel mich in die Garagen. The hell? What the hell? Okay, einen hab ich, aber das Problem ist, ich wurde gesehen, bei dem, was ich tat. Ich seh den anderen Kasper auch. Schrot-Flinten-Party! Ich sage Schrot-Flinten-Party. Schrot-Flinten-Party! Oh, was war das? C4? Das war meine HE. Die HE ist abgegangen ohne Ende, ey. Oh, mehr von diesen Kaspern hier? Okay, eigentlich bin ich fertig, ich hab meinen Kölbocken. Ich hab noch einen Helm, ich hab keinen Helm. Oh. Da gefunden war auch keiner. Kevin hat, äh, Kontakt. Ich hab Kontakt, ja. Was ist denn? Ich hab da reingekommen, da ist doch was so. Ich hatte... Wer und Marker sind Gegner, oder was ist damit los? Ne, waren. Aber pass auf, wenn es zu einer war. Ich hab keine Ahnung, wo der Kasper war. Ne, ne, das ist schon vorbei, das ist alt. Wo ist der Dude? Der, wo dich angeschlossen hat, den hab ich gerade umgenäht. Alles klar, okay. Emma, zweier Helm hier oben auf dem Dach. Ah, und für mich nicht, oder wie? Ich hab nicht mitbekommen, dass du auch ein wolltest. Ach so, okay. Fairpoint, Fairpoint. Ich hab das nächste Mal zufälligerweise auch nicht mit von dir. Dennis, hier oben, zweier Helm. Oh. Hinter mir. Ich hab diesen Ding da oben, ich weiß auch nicht genau wo. Hahaha, einfach besser. Der war hier gewesen, auf dem Marker. Ich hab nur Schrottloot bisher. Da ist noch jemand drin, auf Gelb. Und hier auf Oranges. Aber der ist jetzt ganz da drüben noch. Das sind zwei Stück. Soll ich mal Schrottflintenparty machen bei Gelb? Ich mach das mal. Nein, das sind zwei Leute mindestens. Okay, dann. Einer ist draußen, ja. Der hat eine DBS. Nice. Take that. Shit, da war noch einer. Ha, lol. Da wurde ja ganz schön viel rumgepumpt hier gerade, hey, mein lieber Scholli. Trotz alledem, es gibt auf jeden Fall noch was. Ich hab mein Kind immer noch nicht bekommen. Ich brauch erst mal First Aid hier. Ganz easy. Ich spiele immer noch mit Schrottflinten. Es ist so bitter. Es ist so bitter. Ich spiele noch mit Schrottflinten. Immer noch ohne Helm. Emma, immer noch hier oben in der Kiste. Ich komme, okay. Ich hab den Helm schon, vielleicht noch einen einzigen. Danke. Extended Quickdraw für eine SMG oder was? Irgendwo aus dieser Richtung wurde ich beschossen. Hier oben sind noch zwei neue zwei. Keiner. Noch jemand Achterstum eigentlich. Und da wurde es so angeschossen. Was ist mit dem Kollegen der Oma? Der ist da weg. Verstorben. Entschuldigung. Das ist doch nur ein Synonym. Diese Hure ist ausgeblutet. Oh nein. Oh nein. Wir sollten vielleicht auf die verzichten. Auf die verzichten. Auf die verzichten. Das sagt er normalerweise nicht. Er verwendet normalerweise einen anderen Begriff bestimmt. Könnte ich mir vorstellen. Ich frage da jetzt nicht im Detail nach. Das ist gleich besser. Ja, genau. Sonst muss ich wieder ultra viel rumpiepen dann später. Ich hab, oh Gott, keine Munition. Auf die Freunde verzichten. Ja, genau. Ah, ich seh ihn. Wer ist oben dran? Der ist da ganz hinten. Und da oben ist auch noch einer. Ja, ja. Da hat, aus zwei Richtungen wurde gerade geschossen noch. Im Tower. Zwei Stück im Tower. Aber komm, wir, wir nehmen uns ein Auto und dann beide Jalla. Wie der denn das sagen würde. Frag mich. Hade Jalla, Habibi. Ich frage auch gern nochmal, ob jemand einen Achter-Sropfen möchte. Ja, ich brauche auf. Ich hab noch einen Vierer. Ich hab zwei Holos. Kann ich einen Vierer haben? Ich hab noch einen Sechser. Dann hab ich gewusst. Ich hab eine Win-Win-Situation. Ähm. Okay. Da sollten wir nicht reinlaufen. Okay. Wir haben leider nur ein Zwei-Sinze. Was machen wir jetzt? Ähm, Kevin? Ja, einer fährt mit und holt mit dem anderen das Auto. Okay, einer rein. Kevin Achter. Das, wo ist es? Völlig überfordert. Ach, da ist es. Lass mal, lass mal, lass mal Auto fahren. Lass mal Auto holen. Lass mal Auto fahren. Das war ein bisschen Auto fahren hier. Wir holen jetzt mal, wir holen jetzt mal irgendwas Fahrbares. Ah, da kann man dagegen fahren. Das wusste ich nicht. Doch. Ja, mal am besten, äh, normalerweise stehen hier manchmal welche, ansonsten müssen wir bis echt, oh Gott, nervig. Wo ist denn dann mein, mein Chris? Das ist ja echt nervig, nirgendwo ein Auto. Ich suche ein Auto für uns, aber ich glaube immer, wenn wir laufen, super schneller als rein. Äh, 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 das gibt's doch nicht, kein einziges Auto hier. An der Brücke steht, ja. Okay, dann holen wir mal den Rest vom Schützen fest. Halt dich mal hoch. Was meinst du? Stellen bleiben hoch, ein? Ja. Das war's. Dann kannst du nirgends immer hinfahren, Kollege. Was war's dann? Ihr habt jetzt auch ein Fahrzeug, oder was? Ja. Ich hab kein... nach einer Brücke treffen, dass einer mal von euch Ember mitnimmt, weil die kann vom Buggy runtergeschossen werden. Ich hab keine... Ich hab nur zwei Sitzer. Ich hab kein Medi mehr, Medi-Zeug mehr. Ich brauch unbedingt... Ja, aber die haben noch ein Auto. Ein Zwei-Sitzer? Nein. Die haben zwei Autos. Ach. Ich brauch Medi-Zeug. Scheiß, ich mag ich zu leise, oder was? Oder rede ich wieder zu leise? Nein, du redest schon gut, ich hab's ja verstanden. Ich brauch Medi-Stuff, sonst bin ich geliefert. Das ist hervorragend, Dennis. Absolut hervorragend. Hier liegen fünf Bandis, ich hab noch fünf lieber. Okay. Nimm sie wieder, bitte. Ich hab zehn. Ich bin... Ich bin... Ich bin voll geliefert. Ich hab nichts mehr an Medi-Star. Und Verbände? Ein Energy hab ich noch. Das war's. Aber ich loot mal hier dieses Zeug, fahrt mal ohne mich, ich komm dann schon nur noch rüber, über die... Ich schlubb die hier für den Verbände. Oh, das ist nice. Okay. Will jetzt... Fährt jetzt jemand bei mir mit? Nein, das war schon los. Alles klar, okay, also dann... Tag ihn. Also rüber... Ich fahr einfach. Take the Brit girl. Ich fahr voraus, oder? Ne, oder fahr ich voraus? Das ist, glaub ich, besser. Das war jetzt einfach kein... Die anderen kommen auf jeden Fall nicht mehr runter von der Insel, glaub ich. Keine Autos mehr da. Da ist immer Autos. Oder Brot. Da ist immer ein Auto. Genau hier. Wir reviven grad jemanden, dann haben sie bestimmt eine Merchants-Backup. Was wir alles haben? Und das war cool. Nice. Hab ich drauf. Hab ich grad ein bisschen von meinem... von meinem Leben. Im Grunde Deutsch. Mein Leben ist an mir vorbeigefahren. Vorbeigefahren. Okay, ich hab mein Auto geschrottet. Fahren wir zu... Wir fahren zu Billy, alles klar? Ja, oder? Das ist der Plan? Oh, da kannst du kurz laufen. Oh, shit! Benzin ist leer. Bei mir eine Fahrzeuge. Ihr müsst mich mitnehmen. Ist im Benzin leer. Ich bin nicht sehr spritspahend gefahren gerade. Ich hab schon wieder kein Zeug mehr, was ich noch einwerfen kann. Kann jemand was in den Kofferraum schmeißen? Bandages oder irgendwas? Ich hab nichts mehr. Ähm, ich hab zwei Bandagen, die kann ich dir gern schrappen. Nice. Und ein Energy Drink ist im Kofferraum. Oh mein Gott, ey. Das Auto ist kaputt. Ich glaub, da war ein Emergence-Packup. Ich glaube. Du kannst ihn benutzen, ich hab nur noch eine Bandage. So, ihr wollt, ja. Egal, Fahr. Shit, wir sind... Wir sind geliefert. Wir werden jetzt... Wir müssen wirklich Kette geben. Ich hab auch nicht mehr wirklich... Wir werden... Wir werden jetzt im Auto gemeinsam sterben, vermutlich. Oh Gott. It was a pleasure. Sagt meiner Frau, dass ich sie liebe. Ich hab roter Eimer jetzt, Dennis. Grün. Äh, Blau. Rechtsrum. Fahr rechts vom Bootcamp. Äh, vom Bootjab. Vom Bootcamp. Das war's. Ich loote hier. Entweder ich sterbe jetzt, oder das war's. Dennis, fahr weiter. Was los? Was los? Ach so. Ah, mit First End, oder was? Ja. Oh, das war's. Okay, scheiße. Da ist noch eine Adrenalin zu rin. Oh, Boy. Der ist Nock. Der ist Nock. Ich hol Dennis. Hinten bei, bei Kevin aufpassen. Bei mir ist keiner. Das stimmt, irgendwie. Geh den und gute den. Wow. Wir sollten echt los. Der andere lag da gerade irgendwann. ähm, krass. Aber der jetzt hin ist. Schießt bei der Brase noch. Ach, geh mal. Mal wie, was? Ich weiß, was. Ja, komm, lass dich bleiben. Ich hab kein Jedi mehr. Wir haben auch getroffen. Krass. Lass uns los, oder? Wir können gerne los, ich hab nichts dazu hören. Dennis, wir halten vorne an der Check an. Wir halten vorne an der Check an und tun uns den Loot. Hast du, eine? was mit dem hier? Geflascht. Der lebt wahrscheinlich noch. Sollen wir mal zu den Händen fahren? Nee, ich nicht. Aber ich komme mal da nicht. Das rechts mal an den Hügel fahren. Rechts, rechts, rechts. Den hier, den hier looten. Ja, da oben, da oben sind da zwei tot, oder nicht? Hier, First Aid ist da. Boah, ich sterbe. Ich muss mich hier. Boah, das war knapp. Wo ist Ember? Oh, Ember ist auch. Oh, scheiße. Hier vorne läuft einer. Wenn ihr den noch sterben lassen wollt. Oh, Montenberg. Leck mich am Arsch, Alter. Piep, piep. Ganz mal möglich. Du kannst noch gar nicht droppen, deine Karte. Hast du noch so viel, aber wie das du für heute hättest? Nein, ich hab noch einen First Aid, ich riskier's. Du könntest. Scheiße, du bist zu weit gefahren. Da oben müsste noch einer sein. Da oben ist einer. Ja. Außer der ist dann auch jetzt schon mal vor. Besser. Nice. Nice, Billy. Billy. Ich muss sie zurückholen. Da links ist auch noch was. Rechts von dir. Ich hab meine Taschen voll. So. Warte mal, wo ist der schnellste Markierer? Da. Da oben. Mitten in der Stoffe. Nee, das schaffst du nicht. Du musst mitten nachts zu Vernie rein. Da. Ja. Das wird jetzt an. Alles oder nichts. Das geht aber auch nachher. Mach immer bitte ein. Nee, du kannst nur nachts zu Vernie rein. Danach ist eh vorbei. Schaffst du nicht mehr. Dein Waypoint und dann nachts zu Vernie rein. Die Playzone killt jetzt gnadenlos alles Mögliche. Na, drückwärts. Gibt es noch einen anderen in der Zone? du bist gleich tot, wenn du jetzt mit den Dinger drückst. Ach, dicker ey. Holy moly. Krasses Match. Ja, Vielen Dank.